Wer diese Wirtschaftswelt wie seine Westentasche kennt, ist Herbert Walter, früherer Vorstandschef der Dresdner Bank, heute Wirtschaftsberater. Herzlich willkommen. Herr Walter, ist Fairness oder war Fairness für Sie als Chef nicht auch eines der obersten Prinzipien? Natürlich. Also Fairness, auch Nachhaltigkeit, ist, wenn Sie in diesen Organisationen sind, ein wirklich wesentliches Ziel. Aber Sie haben natürlich auszubalancieren zwischen dem, was Sie am nächsten Quartalsabschluss den Aktionären abliefern und dem, was eben längerfristig auf zwei, drei, vier, fünf Jahre ist. Planen tun Sie so, dass Sie einen Kurzfristplan haben für ein Jahr unterteilt nach Monaten, aber auch einen längerfristigen Plan, der drei bis fünf Jahre lang ist. Und bei dieser Planung, da schauen Ihnen natürlich welche über die Schulter, nämlich die Bankenaufsicht. Wie haben Sie die ganz persönlich zu spüren bekommen damals als Chef? Die Aufseher sind für den Chef einer Bank eine ganz kritische Größe, weil zum einen kriegen Sie Ihren Führerschein. Das heißt, ohne den Bafin-Führerschein gibt es keine Vorstandsposition, das Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen. Ohne diesen Führerschein gibt es eben keine Fahrerlaubnis. Und es ist nicht so wie beim Führerschein, dass es einmal einen Führerschein gibt und dann ist der Fahrlehrer nicht mehr dabei, sondern es gibt eine laufende Kontrolle. Das heißt, Sie sind in relativ engem Kontakt mit Ihrem Aufseher. Sie haben einen zugewiesenen Aufseher, eine Person mit Ihrem Team. Und wenn es irgendwas Wichtiges gibt, dann erwartet der Aufseher selbstverständlich, dass Sie sich an den Hörer klemmen und das unverzüglich berichten. Aber wenn die einem so nah auf dem Schoß sitzen jetzt in Anführungszeichen, wie kann es dann sein, dass zum Beispiel spanische Banken so lange vor sich hin misswirtschaften können? Ja, müssen Sie sehen. Es gibt zwei Arten von Aufsicht. Die eine ist die beschriebene, dass Sie eine Beziehung haben zu Ihrem Aufseher und seinem Team. Die zweite Aufgabe des Aufsehers ist, dass er nicht nur das einzelne Institut mit einem kritischen Auge betrachtet, sondern dass er das gesamte System in Beobachtung hat und die verschiedenen Puzzleteile, die er im System, in der Gesamtheit der Banken und der sonstigen Finanzinstitute sieht, dass er dort eins und eins zusammenzählt und zu Erkenntnissen kommen, zu denen Sie als einzelner Bankchef gar nicht kommen können. Sie haben da die Innenansicht, denn Sie waren jahrelang im Aufsichtsrat auch einer spanischen Bank. Absolut. Einige dieser spanischen Banken brauchen jetzt ganz dringend Kapitalhilfe, um überleben zu können. Das belastet aber den Staat. Und das ist genau das Dilemma der Euro-Krise auch mit unter. Und wir wollen jetzt nachfragen, warum das so ist und haben das versucht, Ihnen mal bildlich darzustellen. Bislang ist es so. Gerät eine Bank in Schwierigkeiten, dann fließt das Geld aus dem Rettungsfonds zum Staat, zum Beispiel nach Spanien. Dadurch wachsen die Staatsschulden. Das Geld aber erhalten die Banken. Sie werden stabilisiert. Das Problem. Durch die gestiegene Schuldenlast sinkt das Vertrauen der Anleger. Spanien kommt schlechter an frisches Geld und deswegen springt nun die Bank ein, kauft Staatsanleihen. Das belastet wiederum die Bank. Ein Teufelskreis. Die Alternative? Das Geld aus dem Rettungsfonds fließt direkt an die spanische Bank. So wäre nicht der Staat verpflichtet, das Geld zurückzuzahlen, sondern die Bank haftet selbst. Wenn man das so konkret sieht, Herr Walter, halten Sie die direkte Bankenhilfe für eine gute Idee? Grundsätzlich ist das eine Option. Dafür braucht es allerdings eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die wir heute so nicht haben. So wie es bisher ist, dass die EZB wie im Dezember und Iberno diesen Jahres Hunderte von Milliarden an die Banken als Drei-Jahres-Geld ergibt und die spanischen Banken als Beispiel dann hergehen und das in massiver Weise für den Kauf von spanischen Staatsanleihen verwenden. Das kann es, um ehrlich zu sein, auch nicht sein. Welche Voraussetzungen müssen also geschaffen werden? Es muss die Voraussetzung geschaffen sein, dass es nicht zu Spielchen kommt. Also dass nicht in Spanien dann das Bankensystem Risiken eingeht, möglicherweise sogar in Unterstützung des dortigen Staates, für die dann nicht mehr der spanische Staat mithaftet, sondern für die die Partner in der Eurozone haften. Das kann es auch nicht sein. Also die Entkoppelung von Staatsschulden und Bankenschulden ist notwendig in Ihren Augen? Ich denke, dass es notwendig ist, weil wir sind in einem Teufelskreis zwischen Banken und den jeweiligen Staaten, denen es aufzulösen gilt und da glaube ich, ist das, was jetzt die Politiker sich überlegt haben, eine wirkliche potenzielle Lösung. Aber es braucht Voraussetzungen. Gut, wir sind auf dem richtigen Weg, wollen wir hoffen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Herbert Walter. Vielen Dank.